Seit dem Dezember 2020, wo das große Core-Update war, hat sich ja dort auch einiges bei euch getan. Habt ihr das auch Traffic-mäßig gemerkt, dass sich da diese Sichtbarkeit gut halbiert hat seither? Auf dem Kanal ist es schon deutlich weniger. Google Eat war nicht allzu freundlich zu uns oder zu vielen Community-Projekten. Also auch eine Quora hat ordentlich Federn gelassen. Ich glaube, der Einzige, der nicht abgestraft wurde in einem Community-Bereich, ist eigentlich so Reddit. Nee, also das spürt man leider schon. Also ja, das ist nicht ganz so einfach, gegenzuhalten und auch zu verstehen, wie wir sozusagen das Problem lösen können. Wenn Google jetzt sagt, hey, wir wollen Community-Inhalte nicht mehr so hoch ranken, dein Produkt aber nur mal eine Community ist, dann wird es durchaus komplex.